Irgendwas Games kommt, ne? Hier, was hat er? Hä, da, im Dings wurden mehr angezeigt, im Dreier. Oder war das, war das komplett BFA, was angezeigt? Weil hier sind nämlich nur 2000 irgendwas, im Ding wurden fast 3000 angezeigt, ne? Oder 3000 irgendwas. Schauen wir mal, was ist das für ein DH hier? Spät auf jeden Fall mit den Heal-Dingern, ne? Na gut. Er hat zumindest mal höheres Rating, ne? Schauen wir mal, ob das was wird. Ach fuck, wir spielen gegen Vergelter, ähm, Vergelter, Hunter. Okay, wir haben einfach jetzt mal gar nicht... So, er will, er will den... Hat er jetzt davor... Will er jetzt auf den Heiler gehen? Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich sinnig. Ah, okay, ich muss den halt supporten. Ja, jetzt haben wir halt jetzt schon Ding gepoppt. Das macht halt echt wenig Sinn. Das ist halt die übelste Burst-Kombi, ne? Ich finde es halt gut, wenn man fragt, auf was wir gehen wollen, keine Antwort kommt, und man irgendwie random irgendwas macht. Ich stun den jetzt einfach mal noch rein. Oh, das hat ja gut geklappt. Muss halt bei dem DH bleiben, bei dem Burst, dass er halt nicht so viel Schaden... Das orientieren kann ich nur einmal. Ich kann jetzt nochmal exploren. Okay, der ist down gegangen. Explore und weg. Vengeance Shield. Hat halt geklappt, aber so ein bisschen... Wissen Sie, ich hasse das, wenn einfach... Wenn keiner irgendwas sagt, auf was für ein Target einfach jeder irgendwie macht. Ja, was will er jetzt noch machen hier? Ein bisschen... Ein bisschen abfacken. Komm, schmeiß ich mal einen Maledict noch drauf? Keine Ahnung. Hauptsache drauf. Hauptsache drauf. Das... Also... Nee, wie gesagt, der spielt nicht so schlecht. Das ist so ein Franzose. Ich war mit dem auch schon Voice. Da habe ich schon einige Games jetzt gemacht. Aber der tryhardet halt. Egal welche Uhrzeit, niniert der mich und dann immer andere Mates und dann irgendwie einfach queuen ohne Voice, ohne alles. Das ist... Weiß ich nicht. Der will halt auf glatt pushen, hat er gemeint. Aber das... Nee, du kannst... Du kannst da schon hochbasteln, aber... Worry, oder? Naja. Wir müssen... Okay. Wir müssen halt am besten gucken... Ja, perfekt. Jetzt laufen sie... Laufen sie beide hier rum, dass sie auf Cleave gehen. Weil ich kann... Ich kann da gut mit rein cleaven, dann kommst du auf ordentlich was... Wenn wir die so auf 60, 70k runterkriegen, dann kann ich halt mein Explo reinhauen und dann ist... Ja, ja, wir müssen aber gucken, dass wir den DK damit mit rein kriegen, dass wir beide cleaven können am besten, dass du da immer ein bisschen... Und dann bin ich auch im Charme dran, dann kann ich auch seinen Schaden runternehmen. Ich muss mal... Ja, aber das ist ja nicht weg. Naja. Na gut. Der läuft halt... Die laufen halt dem Dings nach, ne? Der Charme. Maybe wenn man... Wenn man low genug kriegen, kann ich mein Explo draufhauen. Ja. Ich kipp dir nix. Lass's ne. Okay, aber... Ich glaub, der ist wieder im Recken, oder? Ich hab blöderweise meinen Sound gerade aus, deswegen höre ich's nicht. Ich muss dann vom nächsten Gamer den Sound noch aktivieren. Aber jetzt können wir vielleicht fix auf den Druid ein bisschen. Ich hab ihn gestanden, ist voll im Stun, voll im Stun. Okay, ich geh zurück auf den Worry. Aber der Druid, der... Den glaubt, den könnten wir kriegen. Naja, also ich hab die Explorer am Ende. Und Stun hab ich grad keinen ready. Okay, er hat mich full Stunt. Gehen die jetzt auf mich, oder? Ernsthaft? Ja, er versucht sich zu zeigen. Okay, warte, ich kann ihn chargen. Ich... Na fuck, ich konnte ihn grad nicht mehr sunnen. Bleib mal bei dir. Alles gut, ich raude uns. Ah, dieses Desorientieren. Ich hab ihn abgebrochen. Ah, ja, ich seh's. Ich hab ihn abgebrochen. Ah, der hat Anti-Magic laufen. Weg, Alter. Weg, Alter. Wo ist der Druid hin? Ich find ihn nicht, der ist... Fuck, die Explorer hat nicht gereicht. Oh, ich weiß nicht. Spann mal. Hm? Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Aber das ist nicht so schlimm, ich krieg 20% von deinem, also, der ist ganz hinten und direkt, ich stun ihn mal, ne, der hat gerade Brambles drauf, aber okay, passt, ne, 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 ich halte dich hoch, okay, danach muss ich meinen Sound anmachen, ja, so ziemlich, klar, es kann immer besser sein. Und viert. Also, wenn du auf den Dings gehst, dann können wir auch auf den Druid. Ich hab den mal gestunt. Ah, sind voll viert. Lass uns einfach mal ein bisschen den Druid bearbeiten. Okay, sonst hat er ab. Das momentan klein, okay. Okay, ja, lass hinter den Dings gehen. Ja, der Schami ist da draußen gestunt. Der hat Dorns, wieder auf den Hexer. Ah, fuck it. Ich dachte vielleicht, ich krieg ihn. Ich bin im Cyc. Äh, vier. Ich desorientier die? Okay, passt. Versucht er jetzt noch was zu regeln, oder was hier? Okay, warte, ich halte dich lieber nochmal. Waren wir mal nochmal sicher hier. Er hat Evasion an, so, jetzt bin ich OM. Kill Druids gehen irgendwie verdammt schnell OM irgendwie, ne? Also, wenn die nicht trinken, dann... Hm, ja gut. Du kannst halt, wenn du es gut machst, kommst du halt auch weg zum Trinken, ne? Ja. Mhm. Mhm. Vielen Dank.